Solarstrom für Flüchtlinge aus Syrien. Jordanien versorgt 20.000 Menschen im Lager Asrak. Das UN-Flüchtlingswerk und die Ikea-Stiftung haben das geschafft. Computerkurse für somalische Frauen im Camp Dadaab in Kenia. Hier helfen Vodafone und Huawei. Beispiele, die Schule machen müssen, sagt das globale Flüchtlingsforum in Genf. So helfe man den Geflüchteten und den oft sehr armen Aufnahmeländern. Die meisten Flüchtlinge weltweit hat die Türkei aufgenommen, über 3,7 Millionen. Gefolgt von Pakistan, Uganda und Sudan. Deutschland folgt im globalen Vergleich auf Platz 5. Der deutsche Außenminister fordert in Genf eine bessere Verteilung der Lasten. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass es selbst für ein Land unserer Größe und Wirtschaftskraft nicht leicht ist, hunderttausende Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. Aber wie viel mehr geht das für Länder mit weniger Ressourcen? Maas spricht von einer tiefen Krise der internationalen Zusammenarbeit. Nur etwa 20 Prozent aller UN-Mitgliedstaaten beteiligten sich an der Versorgung von Flüchtlingen. Das müsse sich ändern. Das Phänomen, dass Menschen vor Krieg und Hunger, vor Naturkatastrophen oder Verfolgung fliehen, ist so alt wie die Menschheit selbst. Es wird nie verschwinden. Aber gemeinsam kann es uns gelingen, besser mit den Folgen von Flucht umzugehen. Zu den sogenannten Fluchtfolgen gehört auch der Tod von Menschen, etwa im Mittelmeer. Allein in diesem Jahr ertranken fast 1200 Flüchtlinge, schätzt die UNO.